Ich will dich lieben, O mein Lieben, als dein euer besten Freund. Ich will dich lieben, O mein Lieben, als dein euer besten Freund. Liebe Mitbrüder, ich darf auch herzlich den Chandor Beek begrüßen. Wir kennen uns schon, bevor du Priester geworden bist und hast schon damals Kontakt mit Heiligem Kreuz gehabt. Und ich freue mich sehr, dass du dich gleichsam hier vermehrt hast und jetzt eine ganze Reihe von Seminaristen hierher führst. Liebe Schwestern und Brüder, nicht nur in Österreich und Deutschland. Es sind Titel unheimlich wichtig, sondern vor allem immer bei den Begrüßungen. Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Ängste ich manchmal aushalten muss, wenn ich eine Begrüßung halte, dass ich dann wirklich die richtige Reihenfolge habe und dass ich wirklich nichts vergesse. Und wie viele Menschen kommen auf einen zu und möchten unbedingt ihren Namen genannt wissen. Und wenn man tausend Leute kennt und noch mehr und tausende, dann ist es manchmal wirklich auch sehr schwer, sich jeden Namen zu nennen. Aber das kann der liebe Gott. Der liebe Gott kennt uns ihren Namen. Der liebe Gott kennt uns durch und durch. Vor allem er kennt unser Herz. Und er weiß, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und er zeigt uns, was eigentlich das Wesentliche im Leben ist, nämlich der einfache Glaube. Ein Glaube, der so stark ist, dass wir zu Gott Vater nennen, sagen dürfen. Dass wir ihn wirklich in diese innigste Gemeinschaft unseres eigenen Lebens hineinnehmen können. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen also umkehren. Nun wird keiner von mir verlangen, dass ich auf einmal die Gewohnheiten, die es hier gibt, umändere. Und auf einmal mich nicht mehr diesen ganzen Gegebenheiten anpasse. Aber ich muss mein eigenes Herz umkehren. Und das geschieht bei jedem Einzelnen unterschiedlich. Denn für jeden hat Gott einen besonderen Weg ausgedacht. Nämlich den Weg, ihn zu finden, ihn zu lieben und ganz aus seiner Fülle zu leben. Gott gibt uns wenigstens Orientierungspunkte. Er gibt uns nicht einfach gleichsam wie eine Schablone, um heilig zu werden. Die Heiligen, die können wir nicht einfach imitieren. Aber wir können in unserem Staunen, was Gott in ihrem Leben bewirkt hat, selber an uns arbeiten oder arbeiten lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der heilige Augustinus ist eine wunderbare Gestalt, die uns helfen kann, wirklich auch unsere Bekehrung zu leben. Und sein Weg der Bekehrung war nicht einfach, sondern der war ein Weg, der mehrere Ansätze, mehrere Anläufe brauchte. Als er in der Osternacht 387 dann durch Bischof Ambrosius in Mailand die Taufe empfängt, dann ist dieses Geschehen so wesentlich für ihn, dass es dennoch aber nicht einfach nur ein endgültiges, punktuelles Ereignis ist, sondern gleichsam das Siegel einer Liebe, die ihn nie verlässt. Nämlich die Liebe, die ihn treibt, immer mehr in die Fußstapfen Christi hineinzureifen. Und das sind seine Bekehrungen. Es ist nicht nur eine Bekehrung. Es sind wenigstens drei Bekehrungen, über die möchte ich heute kurz mit Ihnen nachdenken. Und zwar so, wie es der emeritierte Papst Benedikt getan hat, der den heiligen Augustinus sehr gut kennt. Die erste Bekehrung war die Taufe. Das heißt ein Ja zum Glauben. Denn er war ja ein erwachsener Mann und hat wirklich ganz bewusst aus dem Glauben ein Ja gesprochen zu Jesus Christus. Und er war ein Mensch seiner Zeit, der genauso heimgesucht worden ist von Versuchungen und Leidenschaften, Fragen und Problemen der damaligen Zeit, der damaligen Menschen. Er hatte ja gelebt wie die anderen auch. Und doch war in ihm etwas anderes und ist in ihm etwas anderes geblieben, nämlich dass er ein Suchender war, der nach der Wahrheit gesucht hat. Woher ist das alles? Woher komme ich? Woher kommt die Welt? Wohin gehen wir? Und wie können wir das wirkliche Leben finden? Mit Leidenschaft hat er darüber nachgedacht und mit Leidenschaft hat er die Wahrheit gesucht. Das ist das eigentliche Stichwort seines Lebens. Und doch kam mit seiner Bekehrung, mit seiner Taufe etwas Besonderes hinzu. Alles, so sagte er, was den Namen Christi nicht trägt, reicht nicht aus. Die Liebe zu diesem Namen, so sagt er uns, hat zum Namen Jesu, hat er gleichsam schon mit der Muttermilch getrunken. Es ist wunderbar, wie schon eine Mutter ihrem Kind mitgeben kann, was für uns Jesus bedeutet. Er rettet uns. Er ist wirklich derjenige, der unser Leben prägt und verwandeln will. Gott zu erkennen, das heißt, ihn zu lieben und den Vater immer mehr in Christus zu verehren, dass ich sage, Herr, Vater, du hast uns deinen Sohn gesandt als den Retter der Welt. Das war das große Ringen des heiligen Augustinus. Er schildert uns in seinen Konfessiones, wie er gleichsam durch das platonische Denken, durch die Philosophie erkannt hat, dass am Anfang das Wort war. Aber das Wort war für ihn etwas ganz Theoretisches, nur ein Sinn, ein schöpferischer Sinn. Und auf einmal erkennt er in der Offenbarung in Jesus Christus und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Liebe Schwestern und Brüder, beugen wir wieder unser Knie, wenn wir dieses Wort sprechen oder wenigstens verneigen wir uns. Denn nur auf den Knien können wir verstehen, was das bedeutet, dass Gott einer von uns wird, dass er ein Kind wird, Mensch wird. Dass er uns so liebt, dass ein menschliches Herz für uns schlägt. Dann können wir wirklich unseren geistlichen Hochmut oder geistigen Hochmut überwinden. Und dann verstehen wir auch, was es heißt, in Christus zu sein, hineingenommen zu werden in diese große Gemeinschaft, die er stiften wollte in seine Kirche, in den lebendigen Leib Christi. Empfange, was du bist, auch bei der heiligen Kommunion, der Leib Christi, dass du nicht nur zu dir selbst Ja sagst, nicht nur zu Christus, sondern auch zum Bruder und zur Schwester. Und dass du genau weißt, dass wir alle ein Leib und ein Geist werden in ihm. Und dass du weißt, nicht du wirst Christus verwandeln, sondern er wird dich in sich verwandeln. Das heißt, immer mehr hineinnehmen in das Geheimnis seiner Hingabe. Die erste Bekehrung auf Christus, in seine Taufe hineinzugehen, in sein Leben hineinzugehen, Christus zu entdecken. Die zweite Bekehrung schilderte er im zehnten Buch seiner Bekenntnisse in den Konfessiones. Da sagt er wörtlich, niedergedrückt von meinen Sünden, denn auch der Getaufte sündigt. Das wissen wir ja alle. Deshalb brauchen wir alle auch die Gnade der Barmherzigkeit. Niedergedrückt von meinen Sünden und der Last meiner Armseligkeit habe ich die Flucht in die Einsamkeit versucht. Aber du hast mich gehindert, mir Kraft gegeben und mir gesagt, deshalb ist Christus für alle gestorben, damit diejenigen, die leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für alle gestorben ist. Das ist jetzt nicht gegen die gesprochen, die ins Kloster gehen. Aber es ist tatsächlich so geschehen, als Augustinus getauft wurde, hat er sich bald entschlossen, nach Afrika zurückzukehren und dort eine klösterliche Gemeinschaft in kontemplativer Stille zu gründen. Und so verbrachte er drei glückliche Jahre. Im Jahr 391, aber vier Jahre nach seiner Taufe, besuchte er dann die Hafenstadt Hippo. Der damalige Bischof der Stadt, ein Grieche, konnte nur schlecht Latein sprechen. Das war die eigentliche Umgangssprache der damaligen Zeit, heute leider nicht mehr. Aber es war die Sprache, die die Menschen verstehen konnten. Und er hatte Mühe beim Predigen. Und dann hat er gesagt in einer Predigt, er braucht jemanden, der für ihn gleichsam diesen Dienst übernimmt. Und als das der Bischof gesagt hat, haben alle auf Augustinus gezeigt, haben ihn mit Gewalt gepackt und nach vorne geschleppt. Und dann wurde er dort zum Priester geweiht. Das können wir uns heute kaum mehr vorstellen. Aber dann hat er später zu seinem Bischof Valerius geschrieben, Er hat also Tränen vergossen, denn sein Traum eines beschaulichen Lebens war zerrissen. Das Leben Augustinus hatte sich also von Grund auf geändert. Wenn ich das einmal so scherzhaft sagen darf, es geht einem Abt auch so, nicht? Aber doch ist es ein Geheimnis, mit und für Christus, für alle zu leben. Sich wirklich hinein zu begeben in dieses für die anderen, für die anderen zu leben, indem ich sie in Kontakt bringe mit Jesus Christus. Das ist dieses Missionarische, das unser Papst Franziskus von uns fordert. Dass wirklich uns niemand egal ist. Dass wir aber auch auf die Menschen zugehen und gleichsam, Papst Franziskus würde sagen, den Stallgeruch annehmen. Wir können auch sagen, ihre Sprache erlernen, damit das Denken und Sprechen nicht abgehoben ist, sondern dem einfachen Menschen entspricht, damit sie verstehen können, was der Glaube bedeutet. Und das war die zweite Bekehrung dieses ringenden Menschen Augustinus. Immer neu für alle da zu sein und nicht die eigene Vollkommenheit zu suchen. Denn wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und nun die dritte Bekehrung. Ungefähr 20 Jahre nach seiner Weihe hat Augustinus ein Buch unter dem Titel Überarbeitungen geschrieben. Das heißt, er hat noch einmal seine ganzen Werke gesichtet und dann hat er in aller Demut bemerkt, dass nur einer wirklich vollkommen ist. Und dass nur in einem die Worte der Bergpredigt ganz erfüllt sind. Einer ist der vollkommene Mensch und Gott, Jesus Christus. Die ganze Kirche, wir alle, so sagt er, auch die Apostel eingeschlossen, außer die Mutter Gottes, die war immer vollkommen. Wir alle müssen jeden Tag beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nicht darin also besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, noch bevor wir ihn geliebt haben. Und dass er seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat, wie es im ersten Johannesbrief heißt in der Lesung. Augustinus hatte also diese letzte Demut gelernt. Nicht nur die Demut, sein Denken dem Glauben der Kirche einzufügen. Nicht nur die Demut, seine großen Einsichten in einfacher Sprache allen zugänglich zu machen, sondern auch die Demut anzuerkennen, dass wir alle der barmherzigen und vergebenden Liebe Gottes bedürfen. Ja, dass wir dann Christus dem einzig Vollkommenen am meisten ähnlich werden, wenn wir wie er Menschen der Barmherzigkeit werden. Und da sind wir auch wieder bei Papst Franziskus. Bitten wir den Herrn darum, dass er uns jeden Tag bekehre und uns so zum wahren Leben führe. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Amen. 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 Amen.